Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Daniel und ich bin einer der Pastoren hier im Brothaus. Sicher hast du schon mal das blaue Haus gesehen, wenn du hier vorbeigefahren bist am Brückes. Und ich möchte dir heute zeigen, was sich hinter den Fassaden verbirgt. Ja, und wir sind schon mittendrin. Das hier ist unser Gottesdienstraum. Hier steht die Bühne. Denn wir sind eine Kirche, die nah sein möchte Gott und Menschen. Wir wollen einen Ort schaffen, wo Begegnung stattfinden kann zwischen Menschen und Begegnung mit Gott. An der Bühne sieht man schon, dass wir eine richtig große Musikarbeit haben. Wir schreiben hier unsere eigenen Lieder. Wir produzieren die selber und haben sie auf YouTube auf unserem Kanal. Wir haben hier eine große Kinder- und Jugendarbeit mit vielen Kindern, die am Start sind und einfach Spaß haben, Gott zu erleben, starke Beziehungen aufzubauen. Wir investieren uns in bedürftige Menschen in unseren Umsonstladen. Dort können Menschen Kleidung spenden und wir geben es weiter an Bedürftige. Genauso haben wir auch einen großen Garten, wo wir Feste feiern und gemeinsam Zeit verbringen können. Denn unser Motto ist nah sein Gott und Menschen. Wir sind eine Kirche und es geht nicht nur um Gott. Es geht genauso auch um die Menschen, die da sind. Dass Menschen Gott erleben, dass Menschen Beziehungen haben, Heil werden. Wir lieben Bad Kreuznach, weil hier so viele offene Menschen leben und weil so eine kulturelle Vielfalt hier herrscht. Genauso ist die Gegend einfach großartig mit der Nahe und dem roten Fels und den alten Weindürfern. Ich möchte dich gerne einladen, hier mal vorbeizukommen bei unserem Gottesdienst. Jeden Sonntag empfangen wir neue Besucher und du kannst gerne mal dabei sein. Genauso lade dich ein, auf unserem YouTube-Kanal mal vorbeizugucken. Und dort haben wir schöne Videos produziert und auch Lieder hochgeladen. Wir freuen uns auf dich.